Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen technischen Marktupdate. Den Risiko und V1s gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir legen direkt los, wir gehen rüber in die X-Station und wir schauen uns heute mal den Nasdaq 100 an und die langfristige Trendstruktur legt nahe, dass sich der Index seit der vergangenen Woche in einem neuen Aufwärtstrend befindet. Also die Reihe aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs wurde mit dem Anstieg über das Augusthoch bei 13.740 Punkten beendet. Das heißt aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend ist jetzt auch wieder ein langfristiger Aufwärtstrend entstanden und das nächste übergeordnete Kursziel auf der Oberseite ist das Zwischenhoch der langfristigen Abwärtsbewegung bei 15.268 Punkten. Danach könnte es sogar in Richtung Rekordhoch gehen und kurzfristige Unterstützung gäbe es an folgenden Marken. Einmal das Augusthoch, das jüngste Ausbruchsniveau 13.740. Dann haben wir ein wichtiges Ausbruchsniveau über das Hoch bei 13.493 Punkten gesehen. Da ist also noch eine Lücke offen. Da könnte es also zu einem möglichen Retest kommen. Wir haben viele Berührungspunkte auch bei 13.348. Wichtiger Hochpunkt gewesen. Fehlausbruch, dann der nachhaltige Bruch und eben auch die erfolgreiche Verteidigung. Und dann haben wir hier noch einen wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 12.954 und 13.081 Punkten. Auch hier viele Berührungspunkte, zwei Fehlausbrüche und eben eine ganze Menge an Aktivität. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass wir das eben hier auch genutzt haben für Trading-Ideen und ob jetzt der Aufwärtsimpuls weiter ausgedehnt wird oder möglicherweise erstmal eine Schwächephase folgen könnte. Das bespreche ich unter anderem meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Lasst gerne auch einen Daumen da. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.